Bei der Auswertung der Festplatten konnten die Ermittler lesen, wonach Michael S. vor dem Verschwinden von Anna gesucht hatte. Nach ihrem Tod googelte er. Michael S. schaute sich immer wieder fünf abgespeicherte Bilder an. Darunter ein Foto von der von ihm erstochenen Christine. Ein unbekanntes Grab. Ein unklares Foto. Er selbst. Bei Stemmarbeiten in einer Lagerhalle. Und der aufgestemmte Betonboden. Der Angeklagte hat sich bislang nicht eingelassen, er hat geschwiegen. Es würde ihm gut zu Gesicht stellen, wenn er sich äußern würde, was mit dem Opfer geschehen ist. Das ist die letzte Chance, die wahrscheinlich die Familie noch hat, um zu erfahren, was ist mit Anna geschehen und wo ist Anna. Päätig juda. Bäh oven. Bäh?